Afrika ist ein Land der tiefgreifenden und transformativen Entdeckungen, die unser Verständnis der Welt neu gestaltet haben. Jede von ihnen verändert alles auf eine bestimmte Art und Weise. Von erschreckenden Entdeckungen in Afrika, die die Welt schockierten, bis hin zu unglaublichen Entdeckungen, die weltweit Debatten auslösten, sprechen wir mit dir über einige der erstaunlichsten neuen Entdeckungen in Afrika. Nummer 8. Die Fossilien des äthiopischen Wolfs. ForscherInnen der hebräischen Universität machten in der äthiopischen Fundstätte Melka-Wakena eine bedeutende Entdeckung, die alles verändert. Sie haben ein Fossil eines äthiopischen Wolfes ausgegraben, das mehr als eine Million Jahre alt ist. Dieser neue Fund in Afrika stellt die bisherige Annahme in Frage, dass die Art erst vor 20.000 Jahren aus Eurasien kam. Die Entdeckung, die in der Zeitschrift Communications Biology veröffentlicht wurde, unterstreicht die frühe Präsenz der Art in Afrika. Der äthiopische Wolf, der 12 bis 18 Kilogramm wiegt, ist vom Aussterben bedroht, denn es gibt nur noch etwa 500 Exemplare in isolierten Populationen im Hochland Äthiopiens. Professor Erella Hovers erklärt, dass die Art in warmen Klimazonen mehrfach vom Aussterben bedroht war, was zu einer Fragmentierung der Population führte. In kälteren Perioden erholten sich die Populationen wieder, sodass sie sich in tiefer gelegene Gebiete ausbreiten und sich besser vernetzen konnten. Die Forscher nutzten Standardmessungen und statistische Methoden, um das Fossil zu identifizieren und erstellten Modelle, die die Umweltveränderungen und Lebensraumeinflüsse der Art darstellen. Prognosen zeigen, dass es bis 2080 in zwei Dritteln der Lebensräume des äthiopischen Wolfs aufgrund der globalen Erwärmung und der Ausdehnung der Landwirtschaft keine geeigneten Bedingungen mehr geben wird. Nummer 7 Antike Koma-Figuren 60 antike Tonfiguren, die in Ghana entdeckt wurden und teilweise 1400 Jahre alt sind, werden im Manchester Museum zum ersten Mal außerhalb des Landes öffentlich ausgestellt. Sie wurden in zwei Hügeln im Dorf Jigpabongo im Koma-Land gefunden und dienten vermutlich dazu, die Ahnen um Hilfe bei der Heilung von Krankheiten zu bitten. Die Figuren stammen aus dem 6 bis 14 Jahrhundert und stellen zweiköpfige Menschen, ein Chamäleon, ein Krokodil und einen Mann auf einem Pferd dar. Auf vielen Figuren sind auch Menschen mit angeborenen Krankheiten wie Anencephalie abgebildet, von der afrikanische Kinder noch heute betroffen sind. Einige dieser Figuren könnten als Sündenböcke benutzt worden sein, um Krankheiten und Unglück aufzufangen. Bei einer computertomographischen Untersuchung an der Universität Manchester fanden Forscher innen versteckte Kanäle in den Figuren, die möglicherweise für flüssige rituelle Opfergaben verwendet wurden. Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um die Art dieser Flüssigkeiten zu bestimmen. Es wird angenommen, dass die Hügel, in denen die Figuren gefunden wurden, Medizinschreine oder Orte waren, an denen gefährliche Materialien entsorgt wurden. Es ist jedoch wenig über die Menschen bekannt, die diese Figuren geschaffen haben oder über ihre Verbindung zu den heutigen Bewohnern der Region. Nummer 6. Skelette in der Sahara. Die Entdeckung von Skeletten in der Wüste wäre zweifelsohne erschreckend. Zunächst würden die Menschen vielleicht ein falsches Spiel oder einen tragischen Unfall vermuten. Einige würden es den Behörden melden, während andere versuchen würden, es zu ignorieren. Trotz der Angst, die sie auslösen könnte, könnte eine solche Entdeckung von großem wissenschaftlichem Wert sein. Die Skelette könnten aus prähistorischen Zeiten stammen und das Interesse von Archäologen wecken, die unbedingt mehr erfahren wollen. Nehmen wir zum Beispiel diese erschreckende neue Entdeckung in Afrika, die alles verändert. Der Wissenschaftler Paul Sereno entdeckte in der Sahara-Wüste eine prähistorische menschliche Grabstätte. Bei der Suche nach Dinosaurierfossilien im afrikanischen Niger stieß Pauls Team auf menschliche Überreste, die 10.000 bis 5.000 Jahre alt sind. Sie entdeckten Dutzende von Skeletten, jedes mit seiner eigenen Geschichte. Sie fanden einen Mann, der mit dem Kopf in einem Topf begraben war, einen anderen, der in einem Schildkrötenpanzer saß, und ein Mädchen mit einem Armband aus Nilpferdknochen. Einer der ergreifendsten Funde war eine Frau, die zwei Kinder in einer Dreifachbestattung umarmte. Diese Skelette gehörten zu zwei alten Zivilisationen, den Kifianern und den Tenerianern, die zusammen begraben wurden, obwohl sie tausende von Jahren voneinander getrennt waren. Artefakte wie Pfeilspitzen, Schmuck und Harpunen aus Knochen geben Aufschluss über ihr Leben und ihr Ableben. Paul und sein Team haben diese empfindlichen Überreste sorgfältig ausgegraben und zur weiteren Untersuchung an die Universität von Chicago gebracht. Nummer 5. Christliche Wandmalereien aus dem Mittelalter. Archäologen des polnischen Zentrums für Archäologie des Mittelmeers an der Universität Warschau machten neue, bemerkenswerte Entdeckungen in Old Dongola, Sudan, Afrika. Sie legten einen Raumkomplex mit Wandmalereien frei, die auf das Jahr 1276 nach Christus zurückgehen und frühchristliche Kunst zeigen. Diese Wandgemälde zeigen die Jungfrau Maria in einer einzigartigen Pose, die ein Buch und ein Kreuz hält. Und König David von Makuria in einer dynamischen Szene mit dem Erzengel Michael. Die Funde verändern nicht nur alles, sondern stellen auch die Vorstellung in Frage, dass die Afrikaner die Kunst aus dem Norden einfach kopiert haben und zeigen stattdessen ihre kreative Anpassung an die Trends der Welt. Die erschreckenden Entdeckungen weisen auf die reiche Geschichte des alten Dongola hin, das einst die Hauptstadt des christlichen Königreichs Makuria war. Die Ausgrabungen zielen auch darauf ab, die lokale Bevölkerung einzubeziehen und ihre Rolle als Bewahrer dieses Erbes anzuerkennen. Durch die Integration von wissenschaftlichem und lokalem Wissen zielt das Projekt darauf ab, Old Dongola als UNESCO-Welterbe zu nominieren. Nummer vier Meteoriten. Mit der Entdeckung von zwei Meteoriten hat sich die Zahl der Meteoriten in Südafrika auf über 50 erhöht, was einen wichtigen Meilenstein darstellt. Gideon Lombard, ein südafrikanischer Bauer, fand die Meteoriten in der Nordkap-Provinz. Die Steine, die er am 18. September 2018 und am 27. August 2021 auf seiner Farm südlich von Pofada fand, wurden von den Geologen der Witz University, Professor Roger Gibson und Lou Ashwaal, als Meteoriten bestätigt. Der erste Meteorit mit dem Namen Briaskop wiegt 21 Gramm und ist ein gewöhnlicher Chondrit. Der zweite, Wolfkop, wiegt 90 Gramm und ist ebenfalls ein gewöhnlicher Chondrit. Obwohl die beiden Meteoriten nur weniger als einen Kilometer voneinander entfernt gefunden wurden, unterscheiden sie sich deutlich. Wolfkop weist eine fortgeschrittenere Oxidation auf, was darauf hindeutet, dass er zu einem älteren Fall gehört als Briaskop. Nummer drei. Antike nubische Steintafeln. Archäologen haben an der Fundstätte Sedenga im Sudan, einer bedeutenden Nekropole aus der Zeit vor 2700 Jahren, einen Schatz an antiken Texten in der rätselhaften Sprache der Kushiten ausgegraben. Diese Stätte war einst eine belebte Totenstadt für die napatanischen und meroitischen Königreiche, die zusammen als das Königreich Kush bekannt sind. Unter den Ruinen von mindestens 80 Ziegelpyramiden und 100 Gräbern entdeckten die Forscher Tafeln, Türstürze und Stählen, Steintafeln, die als Gedenkmonumente verwendet wurden. Diese Artefakte stellen die größte Sammlung von Texten in meroitischer Sprache dar, der frühesten bekannten Schriftsprache Afrikas südlich der Sahara, die Zeichen aus der altegyptischen Schrift übernommen hat. Die Funde zeigen uns deutlich, die Kultur und Gesellschaft dieser alten Königreiche. Zu den Funden gehören Darstellungen der ägyptischen Göttin Maat, die afrikanische Züge trägt und Gedenktexte, die hochrangigen Frauen gewidmet sind. Nummer 2 Die Lucy Fossilien. Als Lucy, unsere uralte Vorfahrin, 1974 in Äthiopien, Afrika entdeckt wurde, gab sie neue faszinierende Einblicke in das Leben der frühen menschlichen Vorfahren vor über 3 Millionen Jahren. Sie war etwa 1 Meter groß, wog 27 Kilogramm und war schon mit 15 oder 16 Jahren ausgewachsen. Lucys Skelett, das zu schätzungsweise 40% erhalten ist, gilt als die beste Darstellung ihrer Art, Australopithecus afarensis. Kürzlich haben Forscher der University of Texas in Austin eine neue Hypothese über Lucys Ableben aufgestellt, die alles verändert. Sie glauben, dass sie aus großer Höhe gestürzt ist, möglicherweise auf der Flucht vor Raubtieren. Beim Sturz schlug sie mit 56 Stundenkilometern auf dem Boden auf und brach sich Knöchel, Knie, Hüfte, Schulter und Nacken. Trotz der Schmerzen und des Traumas streckte Lucy instinktiv ihre Arme aus, um den Sturz abzufangen, wobei sie sich auch die Arme brach. Sie landete schließlich bewusstlos und blutend auf der rechten Seite, wo sie liegen blieb, bis sie starb. Nummer 1 Antiker Fischsalzhafen von Lexus Ein Team aus marokkanischen und spanischen Forschern hat vor kurzem neue Entdeckungen im antiken römischen Fischsalzhafen von Lexus in der Nähe der Stadt La Rasche in Marokko gemacht. Die Ausgrabungen, die Teil eines vierjährigen Forschungsprogramms waren, legten zwei neue Becken frei und bestätigten, dass es sich Beyei der Städte um die größte Fischsalzfabrik des Römischen Reiches in Marokko und Afrika aus dem ersten Jahrhundert vor Christus handelt. Unter der Leitung des National Institute of Archeology and Heritage will Day's Team das Ausmaß der Fischproduktion in dieser antiken römischen Fabrik verstehen, die zwischen dem 5. und 1. Jahrhundert vor Christus betrieben wurde. Das Gelände ist 63 Hektar groß und umfasst zehn Fabriken und 150 Teiche. Durch die Analyse der Rückstände aus den Teichen hoffen die Forscher, die Fischarten zu identifizieren, die dort verarbeitet wurden. Die Entdeckung der neuen Becken ändert alles und liefert weitere Beweise für die Existenz des Hafens von Lexus, über den der in der Fabrik produzierte gesalzene Fisch weltweit exportiert wurde. Welche Entdeckung in Afrika fandest du am interessantesten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefällt, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.